Looney, Florian, hello. Zack, los geht's. Ja, kein Vorspiel. Wir können uns lange genug bebrauchen, wir brauchen kein Vorspiel mehr. Was? Was willst du? Ach so, die Quest. Ja, geht recht. Ah, leid Prinz. Ich mach gleich nen Test. Wie funktioniert eigentlich Waffenverbesserung? Wenn du dir erforderlich Materialien zur Hand hast, kannst du deine Waffe in jedem Laden mit einer S verbessern. Verschiedene Schmiedestile bei der Verbesserung eingesetzt, die dafür zu machen ein Ergebnis. Nötige Materialien. 39 Gold. Holzstab, ja, aber was kostet das überhaupt? Nötige Materialien. Ja, was steht denn da? Aber welche Materialien? Ich will das eigentlich nicht verbessern, aber ich will wissen, wie es funktioniert. Oder sind das so, das ist nur Gold und deswegen, das ist nur Scheißdreck, deswegen kostet's. Nix. Ah, okay, die erste Verbesserung. Jetzt kostet's ein Kaninchenfell zum Beispiel. Okay, I see. Ein verwelkter Zweig. Nice. Okay. I see. Ja, ich habe mit dem Waffenschmied gesprochen. Neuark? Nee. Na, na, na. Exakt, gehst du den Weg anscheinend. Ich kann nicht so schnell laufen, aber ich habe Ausdauer aus irgendwelchen Gründen. Also, ich weiß die Gründe, warum ich Ausdauer habe, aber... Nee, in der Stadt habe ich keine Ausdauer. Gab's ein Update? Du, ich sehe absolut nix. Meine Gute. Ich sehe hier absolut, ich hätte pennen sollen. Fuck, my life. Wir brauchen ein Lager. Wie kann ich das ausrüsten? Oh, entzünden. Wir gehen mit unserer Laterne und bahnen Laterne mit mir. Was passiert? Zombies! We must not let down our guard. Do not despair! I'm coming to your aid! It is vital you remain level-headed. Not bad. I merely did this duty demands. Well said. Jesus! What is mine on? Nee. Shit, Ricardo, du gehst mir auf drauf! No! Oh, mein Gott. Die sind schon tot? Das macht so gar nix. Oh, God. Oh, die sind alle fast tot! What the fuck? What the fuck? I expect we have the dragon to thank for... Over here, if you please. Come on, Sarney. Ah, I suppose we walked all the way. Ach, wenn ich die nicht dran hab, also die anderen haben sie an. Aye, it was quite a trek. Even if we had bought to follow the road west from Burnworth. It is this way. Ich glaube nicht. Okay, wir sind... Alle von uns gestorben. It is about time we pressed on, wouldn't you say? Das ist... Wow! Okay, ich dachte, hier geht's runter. So, ich sehe absolut... Ja, okay, ich muss das anhaben anscheinend. Aber ich möchte das Öl nicht verbrauchen. Ich weiß nicht, wie... Reichlich Öl. Wir müssen nicht alles ansehen. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. What the fuck? Er ist nicht gut. Ist doch... Ja! Haben wir es? Also ihr? Blöde, komm ich lesen. Jesus. Farina. Schnecky-Pruzzi. Läuft's jetzt? Jetzt gerade läuft's, ja. That's true. Janis. Es gibt keinen Fix. Es gibt keinen Fix, ich habe alle ausprobiert. In der Stadt ist einfach... In der Stadt sind die Frames einfach runter aller Sau. Es gibt keinen wirklichen Fix. Es gibt einen Fix, einen Mod, aber das ist für die Vierer-Serie der Jeepers-Karten. Aber nicht für die Dreier. Die einzige Lösung ist auf den Patch warten. Crash ist, kann's so oder so hin und wieder gehen. What the fuck? Wo kommt ein R her? Mach ich überhaupt einen Schaden? Erreite mich! Ist das lauter? Oh Gott, Riccardo ist down! Komm ins Licht, wenn's geht! Vielleicht hätte ich nicht in der Nacht losgehen sollen. Zero! GPS! Absolut Zero! Ich versteh nicht ganz, vielleicht mach ich was falsch. Aber ich mein, ich mach so absolut, absolut gar nichts. Meine Effekte... Ich weiß nicht, ob die von mir sind gerade. Ist der Damage von mir? Ich weiß nicht, ob das von jemand anderem kommt. Okay, der Blitz war nicht von mir. Riccardo, was ist denn mit dir? Alter, du bist die ganze Zeit down! Blödi! 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 Ins Licht! Geh ins Licht! Geh ins Licht! Geh ins Licht! Warum da ist er? Wir kämpfen weit! Wie bin es? Ja, es geht nicht! In Anfänger! In Anfänger! Anfänger! Böde! Kau! In Anfänger! Diagnose! Dann Warte! Moment, warum ist der wieder wohl mit dem live? Ich mach mal eine Kugel. Oh Gott, die Lüdi. Ist gleich down. Ja, Gesundheit, danke. Du musst ins Licht. Oh, sie steckt fest. Oh mein Gott, die machen uns fertig. Ja, gib mir einfach die Tohle. Die Heilung dauert ganz schön. Da wird gar nichts mehr geheilt. Wir bauen ein Lager, um zu pennen. Jetzt hab ich schluck auf, wer denkt an mich? Ich weiß, wer. Wir haben goblins. Wir haben keine Möglichkeit, um zu verabschieden unseren Schmerzen zu verabschieden. Hmm... The card should be the first down... Freak out, huh? Alter, Yaref, so ungeduldig winkt die ganze Zeit... Aber lieber Genplay... Ich kann nicht lange fliegen, ja... Oh, er hat mich aufgefangen... Er ist voll süß... Du kannst dich nicht mehr heilen, oder? Wir brauchen... Wir brauchen ein Lager... Wir brauchen ein Lager... Schätze ich... Was isen... Dann mach mal eins... Hör mal zu, Bitch... Da muss schon ein Camp da sein... Oder? Da muss schon... So eine Stelle da sein, glaube ich... Right? Vielleicht ehre ich mich auch... Vielleicht kann ich auch direkt eins machen... Ja, nenn mich Meister, so ist gut... Wenigstens eine Person, die weiß, was ich gehört... Was ist... Ja, ich habe... Wir brauchen... Wir brauchen... Wir brauchen... Das ist das, was ich denn? Oh, das ist so gut. Burn! Ich würde nichts sagen, aber ich hätte das 8-Gun-Lager. Wir sind aber jetzt hier. Was ist hier? Bin ich bei einer Quest vorbeigerauscht? Fuck. Ach, deswegen meint er sie mit den Karren? Hoffentlich war ich hin, aber was ist los? Jesus Christ! Du alte Palpatine! Wie kann man denn nur so viel Hass in seinem Herzen tragen? Äh, Wegpunkt setzen. Ich habe keine Ahnung, weil Nepalpatine ist nicht der Oberböse bei Star Wars, oder? Ja gut, aber ich muss ja eh wieder zurück dann vielleicht, oder? Was ist diesem Wegpunkt? Achso. Warte, wir müssen noch kurz... Ich werde nochmal sicher gehen. Oh, hier ist eine Kiste. Wir schauen uns kurz noch das Ding hier an. Ja, der Meister hat was anderes vor. Ja, exakt, Lydia hat recht. Es ist nicht an uns, das Urteil des Erweckten anzuzweifeln. So sieht's nämlich aus. Ich bin unterwegs zu einem entfernten Ziel und würde gerne darum bitten, dass ihr mich begleitet und auf der Straße beschützt. Das ist keine offizielle Anfrage, sondern eine persönliche. Ich kann ja keine große Belohnung anbieten. Okay, gescheißen. Obgleich ich hoffe, dass ihr dennoch bereit seid, mir zu helfen. Na, aber ich war doch... Mann, jetzt bin ich extra zurück. Ich dachte, das ist nur kurz was untersuchen. Das führt mich jetzt weg von meinem Ziel. Wenn ich jetzt ablehne, ist sie vielleicht komplett weg. Also... Was pure Böse, hä? Aber ich bin ja nicht so. Ach ja, natürlich, wir müssen zurück. Fuck. Das war ja useless jetzt von mir. Ich gehe. Ich gehe. Ja. Ich hoffe, dass ich gegenseitig auf die Schulter bin. Aber sie ist. Ist das der Weg? Wo ist denn jetzt? Ihr lasst dir Zeit da hinten. So, ich hab's echt nicht leicht. Chat. Ich bin so arm. Niemand hat nicht gelebt. Nur Hass. Nur Hass. Und Elend. Ganz arme. Ja, das war ausnahmsweise mal recht. Wie wär's mit ein bisschen Liebe. Sicher schon mal irgendwas davon gelesen, oder? Die Drogensucht, halbzig. Ja, mach sie fertig. Was ist hier? Rekado ist da und wer hätt's gedacht? Ja, toll. Ja, toll. Jetzt ist es wieder hell. Oh ja, alles für ein Arsch. Ja, wenigstens kann ich die... Oh ja, alles getan. Oh ja, alles gut. Oh ja, ich bin okay. Oh ja, ich bin okay. Oh ja, ich bin okay. Oh ja. Oh ja. Wir sind da, oder nicht? Wie sieht es aus? Meine Dank, Sir. Wieder. Hier bist du. Es ist ein Reward, das gut erzielt ist. Okay, wir legen uns mal kurz hin. Wir legen uns mal kurz hin, denke ich. Nee, wo kann ich mich ausruhen? Ich kann nur bei einem Lager, oder? Was ist ein Wahrsager-Salon? Ich kann mich in 1000 Anwesen, Patricks Anwesen, Clarks Anwesen. Das Freudenhaus? Ich muss kurz was überprüfen. Vielleicht kann ich dort rasten. Ich bin erschöpft. Ich krieg die Liebe halt nur gegen Bezahlung. Warte, wir sind falsch, das ist Königswirtung. Das ist nicht unser Platz, um die Anwesenheit zu rasten. Wir auch. Nicht schlecht. Ja, nun. Das ist aber nicht wahr, im Prinzip. Also, das ist, aber eigentlich ist es eine Lüge. Man muss nicht hier sein. Bezahlung. Das ist ein Freudenhaus. Okay. Vermögen der Elite. Eine Mitgliedskarte ist erforderlich, um Zugang zu erhalten. Und seine Dienste sind nur für jene erhältlich, die sich leisten können. Na, super. Auf jedem Stockwerk sind Kortisanen anzutreffen, die die verschiedensten Vorlieben bedienen. Gino, hi. Im dritten Stock geht's ab. Nur geschätzte Stammkunden allerdings, mit einer Platinkarte. Holy shit. Was gibt's denn da für einen Service dann? Ich bin der Erweckte. Ich möchte, dass andere Dinge in mir erweckt werden. Wow. Ich brauch ne Platinkarte fürs Freudenhaus. What the fuck? Enttäuschend. Enttäuschend. Okay. Freudenhaus ist für den Arsch. Hier ist ein Bettzeichen. Schauen wir... Ah, ich glaub, dort muss ich zahlen. Ich... Überall zahlen! Was ist das? Cold Eye, hello. Da. Das ist ein Leiter-Fetisch. Wow! Achso, hier sind Stufen. Okay. Was ist das? Das blinkt. Trockenobst. Tagebuch eines Fahrers gelesen. Ein Blumenstrauß. Wie romantisch. Das Bett war wohl reserviert. Da. Okay. Ich darf hier nicht pennen, ohne zu bezahlen. Aber dieses kostet, glaube ich, 2.000. Gold. Ja, 2.000. Ich meine, was ist. Ich glaub, es hackt. Richtig? Ich glaub, es hackt. Ich glaub, es hackt. Was mach ich mit dem ganzen Scheiß hier eigentlich? Materialien kann ich sicher einladen. Das weiß ich nicht. Mit dem ganzen Stuff. Weiß ich nicht. Aber... Oh, warte. Hat noch jemand. Was ist mit Lüdi? Was trägst denn du bei dir rum? Toxinium. Ich weiß eigentlich genau jemanden, der hat ganz viele toxische Sachen. Also... Sehr toxisch. Okay. Abbrechen. Kombinieren. Ich könnte hier vielleicht... Ein Grünlattich kombiniere ich mit einem Apfel. Das ergibt Arzneitrank. Nicht den Besten. Was ist mit Obst, Frucht... Oh. Richtigmengen an Gesundheit. Und die Mischung? Muss ich mir das alles merken? Ich dachte, ich kann das dann automatisch auswählen. Okay. Das merke ich mir nie, was ich da herstelle. Da bin ich doch zu blöd. Sieh ich n. Danke für 38. Monat der Support. Merci. Dankeschön. Boah, was ist das da hinten? Das ist unser Fogi? Taxi? Heilst du noch? Ne, du heilst immer. Wir müssen unbedingt rasten. Wir müssen unbedingt pennen. Ich denke nicht, dass wir dagegen vielleicht kämpfen sollten. Wir müssen in eine Richtung. Ich baue mein Stapel. Timelord, hi. Oh mein Gott, ich bin erschöpft. War ich auf Sprinken? Hallo, jemand zu Hause? Nix. Dann nehme ich mir mal hier die Knolle und schlafe im Holy Doppelbett und Breitness. Lass mich doch mal hier. Warum kann ich nicht im fremden Bettchen schlafen? Was ist denn jetzt so? Okay, äh, hier kommen wir nicht weiter. Das war der falsche Weg. Hm, Himbeeren. Geil. Schaut mal. Okay. Interessiert mir dann niemanden, was ich hier für Kunststücke verbringe? Okay. Niemanden interessiert's, was ich alles Großartiges mache. Okay. Mann, normal jetzt. Jetzt ist es zu spät. Hm. Hm. Nö. Ich will mich jetzt nicht mit dem, ich will jetzt, ich mache jetzt diese eine Quest. Kostner ist, was ich will. Nicht ablegen. Alter, da können kleine Kinder herkommen und sagen, rette uns. Ich stehe. Scheißen. Ich muss wichtige Dinge tun. Spaghetti Bolognese gemaket. Wie, was, wie krass Hack mittlerweile mit Wasser gestreckt wird. Ja. Die Sache ist, es war wahrscheinlich gar keinen Hack. Ich will sagen, ich will ja. Los jetzt. Okay. Das ist mir wurscht. Entdecke ein Lager. Entdecke ein Lager. Da ist ein Lager. Ich bin der einzige, der hier was entdeckt. Bam. Lager aufschlagen. Boom. 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 Endlich mal in Ruhe pennen hier. Wir sind seit 24 Stunden wach. Ich bin der Bademeister-Zauberer. Muss ich was kochen? Nee, aber ich kann. Das ist eine hervorragende Idee. Bis zum Morgen ausrunden. Wir sind erschöpft. Ja, also. Jetzt geht es uns wieder gut. gestärkt. Warte mal. Wie kann man jetzt hier speichern? Muss ich da immer zurück zum Titelmenü? Ah, nee. Ja, speichern und fortfahren. Okay, so. Okay. Gut, gut. Sicher, sicher. Hier bei dem... Was ist es. 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 I believe I can... Fly! Ui! Ich weiß gar nicht, wo tut es gut. Sagt was. It might be of use. You can freshly rested as we are. This battle is all to be in our favor. You must not let down our world. I'll combine my magic with your. That you might pass the spell more quickly. Perfekt. Wäsche aufnehmen. Ja, was ist denn? Dann hängt die Wäsche so auf, dass du Blick hast zum Streamen. Was ist denn? Problem, galos. Merde. Nein, ich brauche meinen Stab. Das Fell brennt gut, oder? Ich blinzlau nicht. Das war's. Das Fell brennt gut. Das Fell brennt gut. Wir müssen in diese Höhle. Ich will meinen Stab. Wir sind schon dabei. Okay, wir brauchen wieder... Das Lämpchen. Das Fell brennt gut. 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 Ich wusste gar nicht. Ich bin nicht. Ich habe schon zwei Wege. Zwei geheime Geheimwege. Das Fell brennt gut. Das Fell brennt gut. Das Fell brennt gut. Oh, Gott. Alter, er unterbricht mich. Okay, wird... Oh, mein Gott. Oh Gott, ich bin tot! Holy Damage! Ja, gut. Also, das... Ich denke, ich werde das von weiter weg, glaube ich, beobachten müssen. So wie das mit meinen Zaubersprüchen... Pfff... Okay. Wir wären... Hm. Aber ich kann nicht heilen. Ich kann nur diese Bubble machen. Ich kann nicht woanders heilen. Das wäre nicht schlecht. Dann mache ich nur noch heiler. Okay, wissen Sie was? Ich gehe hier noch oben. Hm. We should be able to move this boulder with us. Au! Warte! 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 Warum schießt du auf den Boden? Was isen mit dir? Warte, lass mich das Erz einsammeln. Okay, keine Idee. Ja, wir benutzen das Ding. Das müssen wir... Da müssen wir irgendwas machen. Warte! 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 Ich weiß nicht wie das geht! Es sind alle daaun! Es sind alle leuter! Wir sind alle daun! Da ja, da ja, da ja! Where are you? War nicht optimal alles, aber wir läden. Ah, hier bin noch ein Stein. Wo ist der? Wir kriegen nur zwei. Nein, nein, hier ist noch ein. Ich bin sicher, dass wir einen Grund dafür finden, in dem Zeitpunkt. Kein Sinn, dass der Krieg in der Oberkaufgabe die Oberkaufgabe der 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 Oberkaufgabe. Wenn ich mein Stabeli habe... Es ist vorbei. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Wow. Oh, Gott. Oh, Gott. Im Himmel. Wo bin ich? Oh, Ricardo. Oh, Gott. Ein kleines Biese. Ist doch so. Oh Gott. Wow. goblins bei der hau ein ja danke ich hab also war ziemlich gut dank der wo muss mir hin ich will mein stabile wahrscheinlich weiter nach unten gramm horn du hast einen magiestab gefunden so sieht es nämlich ein magiestab aus brunze deren hörnern erinnert die spitzen machen magie leicht nutzbar und verleihen selbst anfängern großes magisches potenzial ich kann es nicht ausrüsten aber ich habe den stab gefunden beschaffe einen magiestab und ein großschwert ein großschwert und dieses großschwert sollte es auch hier sein oder ist dieses schwert jetzt mit uns im raum hmm come to think of it some masters rearranged their party at the drop of a hat one such a risen dismissed me after only half a day of service each to their own blinkt blinkt soll hier beides drinnen sein oh ich hab damage gemacht das war genau in die falsche richtung nicht das ist meine kiste ah da war ein großschwert drinnen okay nice okay got it got it got it was ist hier eine geheime geheimtür ach das war die andere quest auch zusätzlich das war ein double trouble und nie noch abend entschuldigung ich springe aus irgendwelchen gründen oh das war die okay ich soll sie kobold in der trevomine nordwestlich ausmessen und das war gleichzeitig auch die gildenden okay gut 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 i like i like dann können wir den ganzen weg jetzt zurücklaufen ich muss nur wieder hier rausfinden wieder hier rausfinden oh da ist ne kiste okay genau hör auf lydia so egal ich komme ins Licht da oben kann ich hin beamen dann ich dann so ich das die 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 Jo, ich hab gedacht, da ist ein Vorsprung, wo ich landen kann, okay. Aber sie ist... Luca, jo. Nicht mein Fehler. Ich will auf dem Game. Perfekte Landung. Ich kann es von der Seite nicht öffnen. Okay, jetzt. Ein Reisestein. Okay, diese Dinge muss man finden, damit man überhaupt schnell reisen kann, richtig? Und ich hab jetzt davon dann quasi schon ein Stück. Warte, geht das von der Map dann theoretisch? Weltkarte. Ich hab doch so ein Ding, ich weiß gar nicht wie... Hallo. Kann ich nicht direkt hier... Ist das nicht so ein Riftstein? Nein. Anscheinend nicht. Hm. Aber gut, ich habe nur einen Stein. Zeichen der Tapferkeit. Noch mehr Chests. So viele Chests. So viele Chests. Alter, du bist ja schon wieder fast vom Abkratzen. Aber ja auch eigentlich. Zu viele Heilungen hier. Ich glaube, ich muss stehen bleiben, oder? Ich regeneriere nicht mehr. Was ist denn schon wieder? Was ist mit dieser Heilung? Kann ich... Funktioniert es mit dem? Kann ich auch nicht. Was ist das, dass ich... Ist das, weil ich schwer bin? Und was hängt das ab? Dass ich... Oh Gott! Das... Welcher Threshold ist das, oder so? Ja. Ein Lurk. Good Lurk. Mit den Millionen. Ja, irgendwann, bitte. Kannst du das in echt Geld sicher umwandeln, dann? Ich muss aber auch leider kurz vorhin. Oh Gott. Vielen Dank. 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 Ja, aber du bist dauernd down. Ich hab nix. Und du kriegst nix. Ach so, das war nur ein... Ach so, das war nur ein... Ein Erweckter... Okay. Okay. Ah. Oh, ich hab schon... Oh, ich hab... Oh, ich hab... Oh, ich hab... Oh, ich hab grad... Oh, oh... Oh, ich hab... Oh, ich hab... What the fucking fuck? Schon wieder Toad? Okay, ich bin zu sehr im Gefächt, anscheinend. Ich darf mit dem... In der Sterbeanimation kann ich noch ins Inventar... Achso, ich hatte... Okay. Okay, hier, Verlustleiste. Gesundheit reduziert, sondern hat die maximale Gesundheit. Achso, deswegen. Nach dem Kampf bleibt deine maximale Gesundheit reduziert und kannst sie nicht mit Heilmagie... Uff. Okay. Kann nur wieder hergestellt werden, wenn ich ein Gasthaus oder Lager ausruß. Holy shit. The weapons we sought are all accounted for. Shall we present them to Sir Klaus? I believe I can guide you... We got Goblins! We have no means to exploit our enemies' weakness. Was ist das? Oh, hier irgendwo ein Plaid riskieren? Was ist denn zu? Eine zufällige Begegnung jetzt komplett nehmt. Ich habe zufällige Begegnung jetzt komplett nehmt. Okay, ich bin gut nah dran. Ich habe zu spät reagiert. Holy shit, what the fuck? Instant Heil Items, L, B und hoch Oh Shortcut gibt Ah, danke Ah ja, das hätte ich Hat das Neidrang Ach, hier ist auch Laterne Okay, ich habe immer wenig Ach so, ich habe immer wenig Ich kann mich jetzt auch nicht heilen Äh Ich kann ja gar nicht Bis ich mal einen normalen Zauber aufgezogen habe What the fuck? Helfen Das ist eine Die sind alle down Du, in welchem Wir sind ein falsches Die ist verschieden, der Okay, kann ich Hör auf mit dem Wie kann ich ab Moment, ich weiß gar nicht, wie ich abbreche Den Zauber Okay Alles klar Gefällt mir sehr gut Bis jetzt, der Zauberer Stunden später Okay Das läuft nicht so gut Ich habe generell schon kein Leben Ich habe generell schon Wenn Todd, be sure, Teamboy, don't keep playing Bally, Reinforcements haben kommen, um unseren Flammen zu helfen No one can defend themselves when grappled like this Jo Nice Okay, sind aber auch schon wieder alle down Get out of here Get out of here Get out of here Get out of here Ich glaube, wir müssen da ja einfach weg Ich will nach Hause Ich muss aber hier rüber 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 Wir gehen Ich habe fast gar nicht durch Ich habe nur Leben Wir gehen Wir gehen Jetzt bin ich erschöpft Oh mein Gott Ich geh nach Hause. Oh nein. Gut gemacht, Master. Wo ist mein Lut? Jahre? Uhu. Ich glaube, es kann keinen Schaden bringen. Eine andere Statue? Mayhapt wird uns eine Art von Blick. Ich kann keine Reise sehen, nicht zu sehen. Wir brauchen... ...ein Lager. Ah, da ist eins. Nein. Wir sollten diesen Bouldern mit unseren kombinierten Macht gehen. Wir gehen uns jetzt aus. Mir geht's nicht gut. Lager! Ja. Hermann! Ja. 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 Halleluja. Ja, ja. Ja. Ja, ja. Ja. Oh, noch ein Blumenstraße. Habe ich gelesen, ja. Nein. Gleich kriege ich auch irgendwann mal damage. Wenn ich groß bin. Nein, nicht das. Ich weiß gar nicht, ich würde gerne den Zauber abbrechen oder so, vielleicht geht das. Wie komme ich da gar nicht mehr raus? Funktioniert super. Ich könnte ja auch mal alle die fucking Klappe. Das muss eigentlich alles so aggressiv werden. Du, am besten ich sterfe noch da und drücke Y. Und warte, bis ich ja das hoffentlich erledigt habe. Prepare yourself. Steht da überhaupt jemand? Was ist das Leppner? Was ist das Leppner? Herr auf... Ja, komm. Herr auf hier zum Zelebrieren. Ich habe ein ungutes... Ich habe Schlechtes gewesen... ...der einzuschlagen. Hier geht es wieder. Wir kämpfen uns. Zwei Arten. Ein DPS. Nein, nicht der Zauber der... Nein, nicht der Zauber der... Habe ich nicht... Right Button. Oh, ich habe den falschen Button die ganze Zeit gedrückt. RT. Okay. Ich habe den hinteren gedrückt. Ich habe den hinteren gedrückt. Ja, okay. Okay. Nun... Ich möchte nicht... ...weiter darüber reden. Die Echsen sind Level 20. Das sieht man hier. Oder spürt man es aber nur, dass die so hoch sind. Die Echsen sind nicht so gut. Kein 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 Na, Alter, ich verklick... Okay. Und dann nochmal. Ich klicke das. Und dann das. Und dann... Hey, vorhin hat es automatisch gemacht. Bin ich geklappt? Boom. Und nochmal. Ja, würde ich. Aber ich weiß gar nicht... Hast du irgendwo ein Lager gesehen? Hm? Ich könnte es dir geben. Du bist ja selber überlastet. Let's draw. So. Schlimmer ist der Twitch-Jet. Hey. Mal überleg dich nicht treffen zu lassen. Im Kampf. Oh Gott. Nicht zu mir springen. Ja, ich hab die besten Pflasterly. Ein Hello Kitty für dich. Ein Hello Kitty für dich. Ich bin jetzt erschöpft. Ich bin jetzt erschöpft. Help. Gott, jetzt bin ich erschöpft. Oh Gott. Oh Gott. auch ein ob was man so hier was hast du die berührung okay okay could you do often okay okay ok als erstes ich brauche leben ich brauche schaden ich kann keine goblins mehr sehen fertig ach da sind noch welche ja ich habe das ding ich habe den oxen was kannst du eigentlich ja nun ja dass ich meine mutter auch immer gefragt ich konnte ja keine antwort geben ich denke dass es kein harm in bringing das along wir können nicht expect gleam Ah. Was ist du nicht so? Was ist du nicht so? Wir sind in deine Hand, Herr. Vielen Dank. Wie unangenehm. Ich hab ne Raucherlunge. Ich kann halt nicht so. Das war das? Nee. Wo ist denn hier wieder? Okay. Ich dachte, ich kann's wieder... Ich dachte, ich kann's einfach wieder aktivieren, kurz bevor ich am Boden bin. Ich dachte, ich fall runter, aktivier's wieder und schwebe dann zum Boden. Das war der Plan. Runterspringen, runterfallen, dann wieder das Schweben aktivieren und zack. Das ist doch... Das ist... Dachte ich. Geht das nicht? Ich schwebe, ich lass los. Okay, es geht nicht, oder? Ich war mir... Wo ist hier der Timer, wie lange das überhaupt geht? Okay, das funktioniert nicht, anscheinend. Okay, gut. Okay, es funktioniert, okay. Ja, ich musste das feststellen, okay? Also... Eine andere Statue? Sie haben alle Yieldersorten. Welche Statue? Wir waren gerade... Fick! Ach, da oben! Da kommt niemand hoch. Die Scheiße mit der Statue. Niemand kommt da hoch. Ja, aber wer hat dann die Statue dort hingestellt? Riesen! Warte so. Was ist das? Was? Was? Ich brauche Lunge. Ich hab nicht... Ich hab... Ich dachte, ich hätte genug... Oh, das war... Well done. Ja, ne, Riccardo ist genau wie ich eigentlich, die ganze Zeit nur abgekratzt. Dann hab ich ihn weggeschickt, wollte einen anderen nehmen, aber dann hab ich den anderen verloren. Dann war ein anderer Kampf. Plötzlich, und dann... Hatte ich... Jetzt generell ein wenig. Ein armes Team. Okay, wow. Ich bin derjenige, der abkratzt. Was ist mit dir? Ich bin der, der abkratzt und das Mitleid gilt dem Team? Ich sage mal, geht's noch? Okay, ich glaube, ich muss auch dieses Poggle von dem Spring weg tun. Oh, glaube ich. Ich bin der eigentlich nicht. Also, nachdem ich den Popgle ist. Oh, das ist ein Poggle. Merde! Merde! Stand firm. You are not alone. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ich glaube, jemand anders hat das Schwert. Was habe ich denn hier noch für eine optimale Anordnung? Gewicht, Höchstes. Okay, das bringt mir gar nichts. Hartknolle. Das ist alles... Was wiegt hier denn so viel? Ich habe ja gar nicht so viel Stuff, oder? 0,05, 0,10. Okay, ich habe aber nur 15... Was zum Ficken? 0,10 mal 2, das ist doch rechnerisch nicht möglich. Was ist? Ein Goldgeber. 0,3, ja das ist 1 Kilo. Aber was mache ich mit dem Gemüse Shit? Das müsste ich ja erst mal kombinieren und kochen und so weiter, oder? Wenn es im Lager drin ist, bringt man das Go Annex, richtig? Und was mache ich damit? Selbst wenn Laser der Magie nicht mächtig sind, wird Kunst des Eises bezaubert Waffen mit Eil. Kombinieren. Kombinieren. Das macht eine ansehnliche Menge, aber das ist eine Pupsmenge. Das ist auch alles eine ansehnliche, ansehnliche, eine große Menge an Ausdauer. Bei den Hartknollen und Dingsensen. Okay, das sind alles Buttersacken. So dunkle. Jesus, ist ja nicht dunkle. So. So. Leicht. Okay, warum ist hier gelb? Ist ich wieder in the West, oder was? Karte. Wo ist... ...mein Ziel? Doch, die Laufbahngilde. Klopp. Warum? Nee, hier sind nur Betten. Ach, das ist unterhalb. Das ist keine Tür. Frames. Da. Diese Frame-Sache ist so useless. Dieses Game hat da irgendein anderes Problem. Bei mir zeigt er jetzt 70 Frames an. Aber es sind definitiv 20. Ich weiß nicht, was das ist. Es sind definitiv 25 bis 30 Frames Maximum. Das ist eine absolute Lüge, was hier angezeigt wird. There is no fucking way, dass ich 70 Frames habe. Ich bin bereit, um das Signal zu geben. Gut Tidig, Sir. Wie fährt Ihr Retrieval von diesen plundereden Weapons? Erst kriegst du mein Großschwert. Das andere gebe ich nicht gerne her. Ah, ich sehe, du hast eine große Waffe mit dir. Eine gute Waffe. Du kannst jetzt deine Vokation als Warrior ändern. Wenn du lieber einen Sorcerer registriert hast, musst du einen Archerstaff bekommen. Klassenfrei. Ja, muss ich zum Leveln dann immer die Waffe ausrüsten und was anderes spielen quasi? Ja, dann muss ich ja, oder? Also müssen. Aber wenn ich irgendwelche Fertigkeiten... Ich kann ja die Dingsfertigkeiten von anderen nehmen, oder? Wie ist das, ne? Wenn ich jetzt Vitalität oder was weiß ich, was es gibt, von einer anderen Klasse haben will. Müster Yard ist 11. Die Dingsfertigung kann ich nicht lernen. Gut, Herr Schatz. Jetzt, dass die Aufgabe fertig ist, hat meine Fatigue auf mich alle an einmal. Entstanden. Ich bin in need of reprieve myself. Wahrscheinlich. Hast du mit der Guilden, Sir? Ich würde mich glücklich, dass du dir assistieren. Die habe ich schon freigeschalten. Krieger. 150. Ich schalte es mal einfach frei. Aber weil ich es kann. Erzmagier. Okay, Omi. Danke für den Rieser ab 108 Monate. Danke, danke für den Support. Danke, danke. Meine Gesundheit. Nun, dauert alles jedes Mal. Zu lange. Erzmagier. Führen Magiestäbe. Ja. Große Fläche. Mehreren Gegnern Schwächungen zufügt. Zaubern benötigt jedoch Zeit. Ja, viel zu viel. Von einer sicheren Position aus geschehen. Okay. Aufrütteln. Und rasch Ausdauer wiederherstellen. Mächtige Zauber zu wirken, ist anstrengend und verbraucht große Mengen an Ausdauer. Aufrütteln. Zaubern. Je komplexer, desto mehr Zeit. Du kannst dich bewegen, aber es erhöht die Zeit, bis es bereit ist. Ziele wechseln. Gewisse Magie ermöglicht, um das Ziel des Saubers auszuwählen. Die Kamera auf das... Ja. Hilfsbeschwörungen. Nährst du dich am beschwörenden Magier, um den Sauber schneller zu wirken, wenn du dieselbe Magie anstimmst. Zum Ausrüstungsmenü wechseln. Ich habe eine Robe. Was ist denn? Habe ich hier einen... Oh mein Gott. Was habe ich denn hier auf? Ein Krönchen. Ich bin überladen. Was ist denn? Ich habe ein Zepter in der Hand und bin überladen. Du machst mich aber nur fertig. Ein Schuppenstirnband. Tribalistische Schulterpanzer. Okay, ich habe Ausrüstung wieder überall bekommen. Magier. Waffenfertigkeiten. Salamander. Beschwört eine Flamme, die sich am Boden vorwärts bewegt. Die Flamme verweilt einige Zeit und fügt allen Zielen kontinuierlich Schaden hinzu. Sieht gut aus. Wenn man es nach einer Stunde gewirkt hat. Bis dahin sind die Gegner schon irgendwo anders. Donnermine. Eine Kugel, die knisternde Blitze auf sich nähernde Feinde loslässt. Das ist cute. 200. Es gibt noch Kernfertigkeiten. Moment, das habe ich doch. Das war völlig für den Arsch. Fähigkeiten. Achso, jetzt muss ich ihn neu ausrüsten. Achso. Erhöht deine magische Abwehr. Ja, die tun wir wieder rein. Danke. Danke. Ja, gut. Kann man ja nur das und das kaufen. Salamander ausrüsten. Für mir aus. Donnermine ausrüsten. Für mir aus. Das war ja. Eigentlich. Was ist denn? Aber ich lerne es. Aber weil ich es mir leisten kann. So sieht es nämlich aus. Okay. Habe ich jetzt aber nicht andere. Ich habe hier gar nichts gelernt sonst vom Magier. Moment, kann ich? Okay, warte. Muss ich jetzt zum Magier switchen? Und dann Ausrüstung. Nee. Und dann kann ich schauen, ob ich hier was lerne. Und dann dort ausrüsten. Ja, jetzt sind hier neue Sachen hinzugekommen. Fuck my life. Okay, das habe ich. Warum kann ich? Moment. Kann ich nicht levitieren? Schnellzauber, aber nicht Ding. Kann ich nicht reintun. Seligkeit. Durch Heilmittel und Zauber wird eine größere Menge an Gesundheit regeneriert. Oh Gott. 900. Ah ne, das war die Kerbe. Okay, was haben wir denn bei Brand? Gibt es hier Feuerbrunst jetzt? Oh mein Gott. Das kostet ein Tausender. Mehr Feuer. Großer Blitzregen. Mehr Blitze. Jesus. Eisbrocken. Okay, das sieht nicht schlecht aus. Das ist genau das wie bei Last Epoch. Nadine. 38 Monate, Dankeschön. Innerhalb von zwei Wochen verlor er Quantum zwei Wochen. Das ist technisch definitiv korrekt. Würde ich sagen. Danke für den Reset. Ein Lichthimmel. Eine Sphäre aus heiligem Licht. Schutz. Ah ja, das kennen wir. Gunst des Feuers. Ist das was Neues? Also war das Waffe verzaubern. Gunst. Okay. Heiligkeit. Habe ich das? Also das waren die Schwächungen. Was ist Geschwindigkeit? Das Tempo von Verbündeten in Reichweite beschleunigt. Jo. Jo. Okay, ich will einen großen Blitzregen. Aber eigentlich auch den Eisbrocken. Der sieht nett aus. Aber okay. Willst du das nicht, das Erzmagier lernen? Das war doch nicht drinnen beim Erzmagier. Was? Ich dachte, ich muss es hier lernen und dann dort. Moment, was? Ne, jetzt habe ich es drinnen. Oder? Das ist ja auch jetzt unsere Waffenfertigkeiten. Wohl, ehrlich? Oder bin ich jetzt bescheuert? Da steht großer Blitz. Ich dachte, die Kernfältigkeiten fehlen mir doch auch. Ich dachte, das würde auch gleich bleiben. Okay. Großer. Blitzregen. Blitz. Feuer. Donner. Ich habe keine Ahnung. Manche Fähigkeiten werden auf andere Klassen. Okay, dann hatte ich Glück. Gut. Okay. Aber das hier, die Kernfertigkeiten nicht anscheinend. Ja, okay. Das ist der Kern von dem anderen. Moment. Muss ich für meine Begleiter das auch machen? Ja, habe ich. Okay, du hast deine eigene Kohle. Waffenfertigkeiten. Oh mein Gott. Moment, ich muss mich auch noch... Achso, aber nur für sie. Ich meine nur für sie, gell. Alright. Stoß-Explosion. Himmels-Hieb. Warum hat das Game automatisch in den Fenstermodus gewechselt? What the fuck? Kompass-Hieb. Oha. Bohrender Spieß. Schildschlag. Schildruf. Er ist als Krachmacher und lockt so umstehende Ziele an. Wäre das was? Von Simon Tank ist. Startplattform. Schleudert Verbündete mit dem Schild in die Luft. Okay, das klingt witzig. Tadelloser Schutz dreht sich flink auf der Stelle und blockiert Angriffe aus allen Richtungen und im Schild. Wenn ich hier das gebe, macht sie das alles automatisch, right? Sehe ich das alles richtig? Oder sehe... Oder wie? Oder was? Kernfähigkeiten. Wahres Ablenken. Wirft Attacken mit beeindruckender Macht auf das Ziel zurück. Hauerschleuder. Uff. Stehlende Fundierung. Nutzt den Schild, um den Aufprall von Fallen abzufedern. Reduziert Fallschaden. Sowas bräuchte ich. Verzauberter Konter. Okay, wenn ich ihr Ding verzaubere. Okay, das ist günstig. Hauerschleuder. Eigentlich alles, oder? Stoß-Explosion. Klingt doch supi, oder nicht? Okay. Nein, Game. Nein, Game. Nein. Nein, Game. Nein. Ich habe einen Freeze. Und ein Crash. Absturzbericht wurde erstellt. Bitte speichern und verwahren Sie diesen Bericht sorgfältig. Ja klar, ich werde es mir einf... Ich werde einen Rahmen ausdrucken, einen Rahmen drum machen. Was ist denn? Okay. Okay. Bitte verwahren Sie die Dokumente noch zehn Jahre auf, als das Finanzamt kommt. forever. Untertitelung des ZDF, 2020 Alle Speicherstände gelöst Ich habe noch mein Stirnband, okay gut Und ich bin überladen, was ist denn? Fertigkeiten Was bin ich denn jetzt? Erzmagier Nochmal Großer Flitzregen Salamander, Donnermine ist drin Kernfertigkeiten, boom Das ist drin, boom Boom, wo war ich vorhin? Bei Lydia, boom Stoßexplosion Boom, boom Dann Dann Schildruf Kraftmacher, ja Boom 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 Wir haben noch drei Tatloser Schutz Das klingt gut Das klingt gut für sie, oder? Schutz Boom 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 Warte, wir nehmen hier noch vor Erhöht deine physische Verteidigung Boom 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 Provokation Von Gegnern anvisiert zu werden Boom 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 Okay, gut Gut Sie wird eine Maschine Sie wird eine Maschine Startplattform ist gut Das kann ich mir noch leisten Schleudert Verbündung mit einem Schild in die Luft Ja, was mag ich? Komme ich da jemals rauf? Also auf Orte werfen, wo du nicht hochkommst Okay Okay Schauen wir mal, was das ist Okay Kaputt gemacht Farina, das kostet 10.000 Euro Unterhalb vom Videoplayer ist der Link Ich erwarte die Zahlung innerhalb von 14 Minuten Okay Okay, wir haben alles gekauft Was wir uns leisten können Oder beziehungsweise ausrüsten Aber Moment Kernfertigkeiten könnte ich noch Aufprall von Fallen Abzufedern Das klingt nützlich für sie, oder? Gegenangriffe brauchen keine Haus Gekauft Und das ist gekauft Power-Schleuder Kaufe ich hier auch noch Zack 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 Okay, gut Ich denke damit Ich denke damit ist es gut Okay Das sind Sucher Du besitzt keine Belohnungen gibt es dann Okay Cool Cool, cool Du kommst wieder Du kommst wieder Ja Ja Well met You are come You will soon forget the fatigue of a long journey When treated to the Kann ich das nicht alles eigentlich Frage ist Soll ich verkaufen oder lagern? Den Stuff Den ich bekommen habe Da sind zwei hin da drin Ich meine ich habe entscheidend Platz hier im Lager Okay Dann tun wir das wieder rein Schätze ich Utensilien Dreschende Glut Großer Salamander Ja, aber da müsste ich hin Lazarus Splitter Ich habe keine Ahnung was das ist Gladiatorenhelm Okay Dann ist alles erst mal weg Okay Ich bin noch immer erst beim Mittel Jesus Christus Materialien habe ich aber nichts Utensilien Verwölkter Zweig ist eine Herstellung von Pfeilen Brennstoffe Für die Laterne Weiß ich nicht was das ist Weiß ich nicht was das ist Den kann ich verschenken Oh Okay Juwel Ventalisman Vielleicht zum kombinieren Irgendwann Ich bin doch immer beim Mittel That's crazy Mir kommt vor Ich habe gar nichts hier drinnen Mir kommt vor Ich habe nichts im Inventar Much obliged Käfer um die maximale Traglast zu erhöhen Da glänzt wie gold Erhört das maximale Gewicht Das man tragen kann 0,15 Da weiß ich ja gar nicht Wohin mit dem ganzen Stuff 0,15 0,15 0,15 0,15 Du kannst nun zusätzlich 0,15 Kilo tragen Ja jetzt Geht's da hin Du Jetzt aber Ja Jetzt aber Mein Bademantel Und ich So Da komme ich ins Schwitzen Wenn ich mich in der Hand sehe Das sieht ziemlich warm aus 150 Gramm mehr Ja Da wird man richtig warm Ah Ah nice Jetzt steht's auch wieder Da mit 25 FPS Okay Also Aufträge Wie sieht's denn aus? Was soll ich machen? Nisas Plan Ja Eingesperrte Magistrate Gut Das wäre hier Bist du oft ohne Namen Die Monsterjagd Ja Du sollst die Kobolde ausmerzen Warte 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 Das hab ich gemacht Bitch Das kannst du mir jetzt nicht nochmal anzeigen Weil sonst flipp ich aus Okay Okay Wegschicken Und neu Ist das der Lager Trick? Aber wie kann Wo ist denn hier? Muss ich erst den Stein wieder finden? Ah Hier ist er Lüder Fühlst du dich mächtig? Indeed There's been a shift in the chain of command Ah 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 Jahre You can count on me to fly to your aid in your hour of need master Knowing when to use curatives is my spell Ein Geschenk Du Bekommst Eine Himbeeren sind voll gut Einen fauligen Apfel Dankeschön Herzlich Was ist Es geht um die Geste Es geht um die Geste Oder nicht Was ist Oder nicht was ist Dein Camping Auch so Was ist denn hier? Ja Okay Jetzt sind wir wieder im Rift Ich brauche sowieso noch jemanden Ich finde es gut Dass jede Frau Diese Rüstung hier anhat Anscheinend Okay Auch nicht Gelogen Danken Achso Jetzt muss ich wieder Warte 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 Das war Wo war das? Suchen Eine alte Gebückte Oma Lange ich mehr gesehen Du bist sogar mehr Impressiv als wenn ich Ich habe Einen 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 Du hast sich aber auch Verändert Neue Frisur Ist mir gleich aufgefallen Die Ohren sind auch Ein bisschen Spitzer Glaube ich Ich wusste Wir würden nicht lange apart Will ich denn Nichts drauf Ein Okay Wie kann ich jetzt andere wieder aussuchen Nichts Jetzt muss ich wieder raus Jetzt muss ich wieder raus Oder was Sie ist jetzt Magierin statt erst Magierin Ich habe sie nicht gesehen Ich dachte Da werden die anderen angezeigt Wen hätte ich denn gerne Nicht noch Ein Zauberer Es reicht Okay Wir haben einen Tank Irgendwo Ein Bogen Oder ein Dieb Bogen Oder Dieb Für die Abwechslung Also für die Und jemand Der nix kostet Selbstverständlich Bogen Elf Du kostest Nee 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 Naja Du kostest Okay Das sieht nicht gut aus Technisch Gesehen Hm Lady Auch zu teuer Achso Na Na Okay Ich dachte Da hinten Stehen noch mehr Okay Das ist die Auswahl Die ich habe Hm Okay Dann muss ich halt Ah hier ist jemand Ach du kostest Das wäre ein Dieb Holy Shit Ari Du kostest Ich kann mir hier nix leisten Ich kann mir hier nix leisten Ich kann mir nix ausgeben Barry Du bist auch nix Zauberer Du Die günstigen Sind auch nix Okay Du Ich muss Fox nehmen Ich nehme Fox Hey Yamita Danke schön Für die drei Monate Danke für den Support Merci Sie hat keinen Bogen Aber hier war niemand Mit einem Bogen Ich weiß nicht wie das Ob das Resettet Dampfer Holly Ich weiß nicht wie der Von Holly heißt Ich weiß auch nicht wer Das Klaus Kleber Klingt nach etwas Was Holly vielleicht Nennen würde Ich weiß es nicht Aber das ist so eine Niedrige stufe Hatte es Holly nicht schon 500 stunden Also sind die dann Vielleicht alle Zu hoch Von der stufe Ist nicht ein bisschen Zu krass Schnellschuss Schnellschuss Fächerschuss Mehrfachschuss Ölschuss Das klingt nach einem Bogen Das klingt nach einem Bogen Ah Holly Ja natürlich ist Holly Stufe 57 Das war ja eh Ganz klar Okay Ich nehme hier Stufe 9 Schnellschuss Das klingt nach Bogen Ist egal Ist ja wo ich Wo ist sie jetzt Hier Kleiner Robin Hood Gott habe ich nur Frauen jetzt Bei mir Ich kann nicht Ich habe es mir Nicht ausgesucht Okay Die hat einen Bogen Hey Blödi Ja aber ich habe dir was mitzuteilen Ich habe mich geirrt Nein doch Warte 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 Ein Blumenstrauß Für Lydia Ich habe dir Ich habe dir einen Blumenstrauß gegeben Ja das stimmt Die Sonne ist auch ziemlich hoch Oben oder Ich vom fauligen Obst Ja gut Aber man kann Ja was essen Aber ich habe auch noch ein Herzchen gegeben Als Bewertung Erstens Und ich habe mich bedankt Quasi Aber hier Das ist ja gar nichts Null Reaktion Interested in my wares Mehrdeutiger Weihrauch Ich weiß gar nicht Ich habe null Ahnung Ob ich interessiert bin Wenn ich wüsste Was das macht Gut riechen Fellnase Keine Blumen Ich kenne sie doch kaum Was essen Gerade kennengelernt Ich kriege doch keine Blumen Jetzt von mir Was What the fuck Das Outfit Hat auch häufiger mitgenommen Das ist seltsam Das ist reiner Zufall Wahrscheinlich Das macht man aber so Warum Warum sollte man das so machen Gibt es doch jeder Person Die du gerade eben erst kennenlernst Plötzlich einen Blumenstrauß Shut the fuck up Mit der Leiter Grüß Gott Grüß Gott Hier im Blumenstrauß Warum Weshalb Wieso Einfach so Das macht man so Ich nehme mal kurz den Leuten ihre Ernte weg Ich bin komplett falsch Fuck mal leicht Oh Gott Meine Gesundheit Jetzt muss ich mich schon wieder hinlegen Eigentlich Pfff Permanent muss ich pennen hier Moment Wahrsager Salon Was ist da Ich habe da nicht gerade das Ding gesehen Oh ich gebe es auch einen Friseur Ich bin zu dem Minimap Wo bin ich überhaupt Zu Abend können sie ja dann nicht sein Mit 28 Deut Hallo Der ist oder da hinten Wahrsagerin Ein fauliger Apfel 50 Gold Okay Begebt euch einen Ordner Am Entschloss Gefängnisturm Welcher der nächste Meilenstein Was Für einen Satz 50 Gold Ich wurde abgezockt Ich gebe dir einen Satz Für 50 Gold Ich bin ein Ein Trefferchest Ich bin eine Ich bin ein eigener Ja Der Text-to-Speech? Naja. Ein Text-to-Speech ist schon besser als ein Wahrsager. Right? Also ich würde permanent Text-to-Speech-Sachen sprechen. Oder ich würde auch diese Bits unten verwenden für Sound-Effekte. Ich habe persönlich 2000 Furz-Geräusche reingetan. Die ganze Nacht bin ich dran gesessen. Das ist besser. Hä? Wo ist... Das ist besser als... Ich muss immer 10 Stunden auf der Minimip passen. Was ist besser als... Ich muss immer 10 Stunden bis jetzt. Ich werde es besser als 1 Stunden Das ist besser als 1 Stunden. Was ist... Das ist besser als 1 Stunden? Okay, ich werde es besser als 1 Stunden. Are you fucking me? 10.000 Gold um die Frisur zu ändern? Was ist denn das für ein Promi-Stylist hier? Was? 10.000 Gold für einen Haarschnitt? 10.000 Gold This ladder can take us to new heights Oh, excellent find Ach, nichts, aber nur Aber nur die Welt brennend sein, oder? Die Hölle hat einen bestimmten Platz, keine Sorge So Bin ich richtig? Ja, tschüss Ein Unbehagen beginnt in mir zu nagen, wenn ihr zu lange weg seid Das ist süß Das ist süß Das ist lieb Mein Campingzeug im Lager Das muss ich überhaupt machen Warum bin ich hier? Den Schlüssel für einen Besuch Kann ich durch? Hier wahrscheinlich nicht rein Die kann ich nicht einfach runter vor denen wahrscheinlich Doch Ja Moment, ich gebe auch Ich kann gewöhnen, die schnellen Dinge hier zu benutzen. Nein, nicht eine Rüstung. Ich kann die nicht tragen. Seht, mein Stab. Wenigstens Ratten kann ich töten. Ich kann nicht helfen, als ich hier spreche, wenn ich hier bin. Ich kann nicht helfen, als ich hier spreche, wenn ich hier bin. Oh, ein Sucher, Medaillon. 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 Amedön Jetzt muss ich es mit Amedön Amedön Oida Oida Boom Zack In die Gauschen Okay, ihr habt keine Ahnung Von was ich gerade rede Was für Österreicher Hey Jules Dankeschön Für die 24 Monate Support Was ist mit dem Amedön auf der Bumsack Ich weiß gar nicht Ich muss es jetzt wissen Und der Heldteufel Danke für die 23 Monate Support Merci Bei uns zu Gast ist jetzt der österreichische Ringer René Dattl Dolmetsch ist Peter Klesch Herr Dattl Wie geht es Ihnen vor dem Kampf Sind Sie nervös Oida Ja Was ist das für die 24 Monate Was ist das für die 24 Monate Was ist das für die 24 Monate Scheiße ins Hemd vor dem Köch Oder was Na Ich brauche ein Kleine Boom Zack Und die Gauschen Das für die 24 Monate Ich bin nicht nervös vor dem Kampf Ich habe mir auch eine Taktik zurechtgelegt Und ich glaube dass es das Vernünftigste ist Gleich zu Beginn eine Entscheidung anzustreben Ja Herr Dattl Wir würden Sie alle sehr gerne auf dem Podest sehen Oida Die Wappler San Hab ich auf ein Metern Dass Ergern nimmer geht Na Ist ein Trottl Ja Da glaubst du Ich will kein Metern Was willst du denn werden Ein Metern Aber im nächsten Keuch Boom Zack Ö Die Gauschen Ja Da Und da Gib ihm ein Gleich Die Gurken Er freut sich Dass alle hinter ihm stehen Er strebt selbst eine Medaille an Und er glaubt auch fest daran Das wichtigste für ihn ist es zunächst Dem Gegner im Kampf sofort Eine Gurke zu überreichen Oh das war ne Ein Subgift Oh noch Dankeschön Boom Zack In die Gauschen In die Gauschen Was mach ich hier Ist das nicht der richtige Weg Boom Boom Zack Ich bin hier falsch Oder was Oder was Und Ah noch Eins abgift Mailteufel Dankeschön 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 what is vielleicht musste ich dort rein dann komm ich hier her damit ich dann wie kommst du jetzt hier her während ich mir voll die Mühe gebe boom sagt ich bin hier völlig falsch hier schläft jemand oh mein Gott ohne Decke hier schläft hier jemand das ist unangenehm was heißt der in unserem Schlaf nicht Sperrgebiet ich wollte ich weiß nicht wo ich hin muss ja ist ja gut jetzt ich kann nicht doch mal hier zwei Sekunden alleine sein für mich was machst du wohin gehst du wann bist du wieder zu Hause Gott okay ich glaube hier unten ist nee das muss doch der Weg sein für irgendwo hin das ist doch hier nicht bescheuert wird im Kerker benutze den Schlüssel ich muss zum Kerker ich dachte das wäre der geheime Geheimweg zum Kerker durchs Fenster wie so ein Spanner was esen ihr müsst rummachen werde ich hier arbeiten vielleicht ist es falsch nee aber der Weg der muss doch einen Sinn ergeben dass ich das nach der Bodusfolge was was ich hätte ich kann einfach durchgehen ich dachte ich muss schleichen ich dachte das wird ein geheimer Geheim Einbruch Fake ja erzählst du deinem Mutti ja pass auf wo du dahin gehst so sieht es aus du willst zu join nicht beurte beim was mitmachen bei den typischen Gefängnisaktivitäten Dreck ich meine der erweckt schau mir an ...as you say. Ah, they say the arisen's breast bears a wound akin to the dragon's claw. By that mark, Tuzin tis true. This reminds me of a happening 148 years ago. During the reign of Regent Alphonse, a man named Crusoe appeared and claimed to be arisen. He went before the people, insisting that he, and not Regent Alphonse, was the true arisen, the one fit to lead them as their ruler. And what befell him, you ask? Ha! Crusoe was discovered to be a liar, whereupon his head was liberated from his shoulders on the spot. Aye, I dare say your arrival portends another beheading, but whose will it be, hmm? Escape? But why? Here, I spend my days perusing the code and deciphering old texts. I can devote all my time to my own interests. And I need not turn my ear to these absurd demands. It is a paradise to me, this cell. That said. If you know of a place with a mountain of tomes I could delve into, tell me. I suspected as much. Then we are done here. Leave me be. Okay, that's was... Okay, that's was... ...kein fruchtbares Gespr- Finde einen Ort mit vielen Büchern. Finde einen Ort mit vielen Büchern. Finde einen Ort mit vielen 찍ern. Finde einen Ort mit vielen Recovery-Denynthia. Weave mir noch die Ration weg. Wau! Wi-wat das... ...de eine Lieblings Ration? Wau! Es war nur fucking Obst! Der Bes Vanguard ist nicht ein Wunder casino. Es war doch nur Obst! Ich hab keinen... Was machst du mit mir? Was ist denn jetzt? Meine Sachen! Oh no! Hallo! Oh no! Moment, hier ist ziemlich brüchig. What the fuck? Das ist der schlechteste Kerker ever. Und 1740 Goldlinge hier. What the fuck? Sollte mich öfters einsperren lassen? Faulige... Au! Moment, ich bin... Ach, ich bin... Ach, ich bin... Ja, da schaut nicht glücklich rein. Was isen? Das ist ein Gesichtsausdruck. Hey! Können wir reden? Oh, die Tür ist offen. Hallo? Du, ich möchte mit dir reden. What the fuck, Bruce Lee? Leute, was war denn das für ein Karate-Kick? Leute, wo erkennt ihr das? Ja, ich wollte ja reden. Okay. Ach, jetzt bin ich in einer anderen Zelle gelandet, wo es keine Brüche gab. Hey, lass uns reden. Hey, lass mich raus. Hey. Hey. Reden. Reden wir. Reden wir darüber. Ich bin der Erweckte. Ich werde dich verlassen, wenn du eine honest Summe payst. Ja, du hast mir alles weggenommen. Ah, nee. Aber mein Gold habe ich behalten dürfen? 14.000! Die Hälfte von meinem Gold. Are you fucking me? Nee. 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 Na. Never. Ever. Ich verrecke hier lieber in der Bude. Ich verrecke hier lieber in der Bude. Genau. Hier ist einfach nur offen. Sonst nix. Nicht wundern. Wo sind meine Sachen? Ich werde diese ganze Stadt niederbrennen. Und ich bin überlastet. Könntest du jetzt aufhören, so einen Blick zu ziehen? Ah, fuck. Es regnet, denkt es. Ich habe so eine Schosse. Jetzt regnet es hier los. Es ist doch zum Kotzen. Fuck. Der ist richtig mies drauf. Richtig mies. So. Okay. Oh. Kann ich das anziehen? So. Was machst du da? Das war schön. Bademantel mit Kapuze. Mit Umhang. Du, mir ist so warm in dem Ding. Ist dir nicht kalt? Okay, Freunde, ich bin wieder hier. Fragt nicht, was passiert ist. Erstens muss ich mich ausruhen. Zweitens... Master, Master, wie kann ich dem helfen? Hm. ... 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 Monsterjagd Die Kobolde, das habe ich doch gemacht Mich wundert, warum das hier drin steht Noch, obwohl ich dachte, das wäre verschwunden Das Dorf ohne Namen Oh mein, das ist aber auch hier, oder was Oh, das ist ganz woanders Oh, okay, okay Ja, 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 ja Ich bin, bitte, verklick dich noch einmal Damit ich richtig Das hatte kein Ziel Monsterjagd Das ist Also hier zur Karte Wie habe ich geswitcht gerade Also Schleiche dich zwischen Mitternacht und Morgengrauen durch das Hintertorn im Palast Und durchsuche das Arbeitszimmer Noch belastend beweisen Das wäre aber auch hier Ja, ich muss mich eh hinlegen Aber das Problem ist, ich muss ein Scheiße, ich muss ein Lager aufmachen Oder ich bezahle 2.000 zum Pennen Das ist hier ein Kloster Ihr werdet mir doch Unterkunft gewähren, richtig? Das ist hier eine Pritsche Ich will nicht 2.000 ausgeben Erstmal den Armen hier Ihre Knollen wegnehmen Um, I've just recalled a little tidbit I heard from the locals Regarding the Vamundian military, yes? T'would seem the Queen Regent has made significant alterations to the chain of command Der Ochsenkahn ist getimed Ja Ich will mich ja eigentlich hinlegen Aber ich will nicht 2.000 bezahlen Und das sind Wucherpreise Ingredients are plentiful hereabouts Shall we see if there's ought to be found while we're here? These writings could be of import Shall we take a closer look? Hey, jo, steckt ihr mir das Ganze zu? Was is'n? Bin ich hier euer Paket oder was is'n? Ist das deine Schwester? Sieht das gleich an Okay, ich brauche Das ist nicht gut, glaube ich Oh mein Gott, ist das ein langer Balken Haben wir Akko gezogen? Das Okay, es hat auf Es flüchtet bei uns Wie auch Warte, das war mein Aufrütteln Wie schnell geht denn das? Ich laufe Aufrütteln Okay, das ist praktisch Oh Gott, schnappst du die hier? What the fuck is happening? Wir können nicht kämpfen Denn ich bin Oh, come on, go Oh, ich möchte aber nur Hier muss es auch Und scheiß Oh Gott, oh Gott Ich weiß nicht Ich kann nicht kämpfen Oh mein Gott Sind alle direkt Okay, Berlin ist down Null Damn Doch, jetzt habe ich einen Millimeter abgezogen Yay Das ist geflüchtet Zurecht Zurecht Das booste Ja, das booste Gegen die habe ich keine Chance Genau so war das Und holy shit Die sind viel zu mächtig Und zu stark Hier draußen Hier sieht es gut aus Dieser Gegend Abschnitte Im Gegensatz Zum Manchen anderen Manche ist auch ein bisschen bunter Draußen ist alles Gleich Irgendwie Hier ist hübsch Das gefällt mir Der Abschnitt Es fällt Ein Häuschen Yoga Das Dörfchen Wer jammert denn da die ganze Zeit Ja, ich kann nicht so schnell Mein Bademantel Ich muss Ach Gott, ich bin völlig überladen Richtig 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 Die Die Okay. Okay, wow. Kein Unterschied. What the fuck? Immer auf schwer. Das Gewicht geht schon hier auf dem Sack, yo. Hm. Oh, das sieht besser aus hier, gell? Der Umhang an sich. Oh fuck, das ist ja ein Vieh. Oh boy. Wo geht's lang? Zu diesem ominösen Stein. Was? Verraschst du mich? Okay. Oh. Danke. Das sind aber keine Schnellreise. Das ist jetzt nur zum Bullen. Ja, aber... Das klingt gut. Aber wir sind... ...wohl. Glaube ich. Ja. Ja. Na gut. Warum gehe ich gerade in diese Richtung? Weil... Weil da war... Irgendwas. Okay. Ja, das ist... ...würder zurück. Ja. Oh fuck. Jetzt wollen wir diese Lettern zu Sir Lenert in Melv. Schauen wir uns auf dem Oxcart als Direktor, Master? Wenn du mit diesem Mann gewusst möchtest, würde ich glücklich den Weg führen. Wir sind in deinen Hand, Sir. Sehr verabschiedet. 150 gold wird man das zugesteckt wohin gehen wir gerade warte mal lass mich salamander probieren ich habe bloß gedrückt was ist mein pfeil hier aber hier sagen punkte ding wo ich ihn muss und daher dort dass ich so oft rast muss geht mir richtig auf dem sack ist nicht von dem flow irgendwas die punkte sind nicht das was ich dachte das was ich bin Wenn ich mir meine sagen würde, look how many women we count among our number! Und yet, no two of us are the same. There are useful ingredients to be gathered here, I'll wager. I shan't let them harm you. I know, I know, I am the one and only. The creature's corpse will serve us well. Go right ahead. Oh, oh shit. A well-aged strike, right where it comes. Ensure your next attack is no less purposeful. Noody! Noody! I'm not there now. Oh no. Oh no. I gave you so many points. Oh no. Oh no. Oh no. Oh no. Oh no. It's crazy. Oh yeah, you are instant down. mittlerweile was geht ab dass die lydia wohl das biet mit Na hier endlich mal hier ausrunden. Hey, die interessiert mich im Scheißkrieg. Lager. Na hier immer wieder. Immer wieder. Oh, der Ende. Äh. Ich dachte, dass du das magst, also habe ich es gefunden. Hier geht's. Leben, meine ich. That is a cave. Oh, no, no. But we have no time. Irgendwie habe ich auch zu viel. Buff food. Ah, hier geht's gar nicht weiter, oder? Da, von hinten. So. Let's go. So. 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 okay ich kann es abbrechen Mehr oder weniger als was man erwartet hat. Wir können nicht alle Schmerzen erwarten. Ich brauche das Geld. Ich brauche das Geld. Oh, am I the only one getting knocked about? I'll combine my magic with yours, that you might cast the spell more quickly. I'll turn you into a pitchfisher. 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 An loot? An loot? Well done. Boom, boom, boom. My main points. I'll drop it down. Go on. Was ist das wrong? Was ist das? Was ist das? Nödi, er hat sich zum Freisen gern Nödi, er hat sich zum Freisen gebeten. Richtig, jetzt! Wir haben einen von uns gebeten in Slime. Oh, oh. Komm mir das wieder cool, ja? Hey, what the fuck? Instant. Instantarino! Instantarino! Ja, ich weiß! Rukala! Ja, ich weiß nicht, was wir brauchen ist bereits in unserer Beziehung. What the fuck? Yo! These writings could be of import. Let's have a look then. Hier ist überhaupt kein Anstand, oder? Doch, kann ich schon. Ich habe jetzt aber schon die... Ich bin doch unter... Ich bin nicht der Jüngste. Und ich trage sehr viele Sorgen bei mir. Ja... Follow along at your own pace, Master. I can't leave you behind. Ich wollte gerne... Ja, irgendwas während ich... ...FPS-Dinger gesucht habe. Should you need to communicate in Elvish, pray call upon me. I would be only too glad to assist. Stanley! 31 Stanley! Nee, warte mal. Wer ist denn jetzt aktiv? Das! Berlin! Du, ich habe keine Geschenke. Okay, ich bin hier. 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 Du siehst Geheimnis von euch. Du siehst Geheimnis von euch. Deswegen brauche ich mehr Männer hier. Komm, ich lege den Weg. Geheimnis von euch. Ich bin hier... Ich bin hier. Ich bin hier. Ich bin hier. Aber ich hab keine Ahnung, ob das stimmt, natürlich. Ich hab keine Ahnung, ich hab keine Ahnung, ich hab keine Ahnung. Was ist das denn? Jesus Christ! 2 Jungs Lass mich Wo soll ich denn loswerden, hm? Oh, fuck, ich muss wiederholen. Well done. I'll combine my magic with forms, that you might cast a spell more quickly. This creature is hard as stone, making it ideal for crossing at our other foes. Take him do it, take him do it. That was impeccably timed, Arisen. Now then, which way? Let us trust in ourselves and proceed with pushing. What is it here? Ach, they are... What is it here? What is it here? Ach, they are... You will not live to regret this. Where is it now? Irgendjemand, den ich anwirkieren muss. You are more on my way! I'm in your dance. Never you fret. We all had our weapons. Pray, follow me. Oh, come on! I seem to have taken a hit. Bear in mind that the group will seek out women with unwavering persistence. Such single-mindedness makes our enemies predictable. But it's not necessarily easier to counter. It's cool. Attack now, while the Earth's attention is fixed on its favorite prey. Keep rolling. One of us has been doused tonight! One of us has been down too long! Some of us have been down too long! Das ist nicht so, was ich zu tun. Ich empfehle mich zu einem Schwenk. Wir haben keine Waffen, die wir nicht mehr haben. Was ist das? Das ist das? Ich empfehle mich zu einem Schwenk. Wir haben keine Waffen zu geben. Was ist das? Warum nicht? das war der keller was hihahaha nice lid an jahre brich abbrich ab irgendwie weiß nicht wie es aussieht Obdrehen, mein Mann. Na, nicht rapschen. Zieht das Brennen im wenigstens was ab? Ja, schon, eigentlich. Ist irgendjemand da unten? Okay. Jemand hier. Wo ist denn der D? Ich kann nichts machen, eigentlich. Dann geht Salamander. Wtf? Wieso? Ist der jetzt runtergefallen? Und ist loot? Hey, hatten wir nicht einen Dieb dabei? Ist er tot? Ist er tot? Die Arisende entscheidet unser Pass. Wir haben aber zu folgen. Davon gestohlen. Ja. Der ist weg. Okay. Okay, anscheinend. Wenn man nicht wieder... Dann wurde er nicht wiederbelebt und dann ist er für immer down? Kann das sein? Ist das so? Okay. Ja, blöd. Blöd, blöd, blöd. Okay. Hier, du könntest doch den Weg, dachte ich. Wir müssen doch den Ding nehmen von dem anderen, von hier oder nicht, dachte ich. Okay, wir hätten dann Oxytaren auch nehmen sollen. Okay. Ich muss wohin. Okay. Ich muss mich auf die Seite anschauen. Ich muss, wie ich es hierher mache. Okay, ich will nicht. Ich muss mich auf die Seite machen. Ich will nicht auf die Seite nicht auf die Seite nicht auf die Seite, sondern siehe. Und dann bin ich auf die Seite hier. Und wenn die Seite nicht auf die Seite nicht auf die Seite nicht auf die Seite ist, wäre es zu sehen. Also, ich würde, natürlich durchgez paar Minuten Pause noch nicht mehr ab, aber ich würde mir viel Glück weit IF dazu sitzen. Ich möchte nicht mehr mit dem Treffen. Aber ich sollte das einfach mal auf der Seite nehmen. Best os Another게, sagt mir los, dazu geht. Ich sag mal damit. Vielen Dank. 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 Oh, okay. Oh, okay. Oh, okay. Let me get that. Fuck. 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 Oh, okay. 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 Mein Zug ist gerade gar nichts ab Mein Zug ist gerade gar nichts ab Ah! Ja, das ist ja, das ist eine Überraschung. Shall I guide you to it? Well, this simplifies matters. We've already got what's required here in our possession. We have arrived. Have we? Gold! 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 Was? 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 Ja, bin ich auch. Ja, bin ich auch. Ja nicht, ja. 100 ist okay. Moment, das ist aber der Fall. Wohin ist er? Das führt uns wieder zurück. Wir können ja von dort einen Ochsenkan vielleicht nehmen, na? Jetzt tötet mal. Der Meister möchte sich ausruhen. Danke. Der Meister braucht ein Nickerchen. Der Meister hat einen Lennart zu sehen. Das ist ein, das zu tun. Das ist ein, das zu tun. Das ist ein, das zu tun. Wir sehen uns den Lennart zu sehen. Wir sehen uns den Lennart zu dem Lennart in Melve. Wir können den Ochsenkan, als Direktor, um die Schmerz? Okay, jetzt kann ich dann erstmal irgendwann das alles zurückgeben. Dann fahren wir dorthin. Ich speichere jetzt erstmal meinen Magen. Geht mir gerade auf den Sack. Ich kann mich gerade nicht konzentrieren. Und bin deshalb erstmal raus für heute. Danke fürs Lurken. Fürs Dabeisein. Fürs Chatten. Danke für die Rezups. Musik. Und ich muss schon wieder rein. Danke fürs Dabeisein. Bis später. Was ist denn heute? Donnerstag. Ach, dann ist schon wieder Österli. Also dann, gute Nacht. Danke fürs Dabeisein. Bis später quasi. Tschüss. Bis später. Untertitelung des ZDF, 2020